Hallo Leute, ich bin hier in meinem Lieblingsrestaurant im Subway und es ist richtig abgefahren, leckere Daily Deals, die sind hier zu lesen. Ich habe euch jetzt mal den Classic Chicken, also den Classic Nacho Chicken, dann den X-Spicy Chicken, dann den Guacamole, dann den Chip Bottle Chicken Fatia. Und heute probiere ich von diesem hier den Chip Bottle Chicken Fatia. Ja, hier schmeckt es mir einfach total super lecker und um mal Subway zu bewerten, unser Subway ist einfach total super. Die Bedienung ist super freundlich und einfach total super. Und die Auswahl ist hier sehr gut und dafür auch Daumen hoch. Und es lohnt sich immer hierher zu gehen. Total super hier und richtig super tolle Wohlfühlatmosphäre, total nettes Personal, total super hier. Jo, ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß mit den Dingen, die ihr gerne macht. Und das ist auch schon mal kurz. Wir machen uns sehr gut. Und das ist es so mit der ZEIS-Fahreraue und einstattigt. Weil es in der ZEIS-Fahreraue und einstattigt.